Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf dem neuen SanoGaming und heute spielen wir mal wieder, hier ist noch mal wieder. Wir sind direkt. Le- Okay. Wieso, also wir sollen hier mit dem reden? Wir müssen höher auf, genauer gesagt in den Kontrollraum, da oben. Okay. Ähm, gibt es da noch irgendwas? Okay. 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 Okay, dann müssen wir direkt hier hin. So. Okay. Okay. Dann guck ich mal, wie das geht. Mit diesen Uniformen können wir die Terminals benutzen? So, so. Okay. Wir sollen anscheinend hier rein. Verwenden. Okay, oben, unten, links, links. So. Perfekt. Hey, diese Uniform haben ein Thermaldetonatoren. Ob wir das Ding damit ausschalten können? Geh weg. So. Machen wir hier erstmal alles kaputt. So. Komm mal. Ich will nicht schießen, aber er schießt trotzdem. Äh, so. Dann müssen wir hier, glaube ich, ähm, irgendwas drücken. Okay. 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 Verwenden. Ah, ja. Genau das müssen wir machen. Bestimmt. Ähm. So. Komm. Perfekt. Jetzt ist da wieder links drin. So. Jetzt muss ich hier drücken. Und hier drücken. Ah. Hier drücken und da drücken. So. Okay, nehme ich auch auf den anderen noch ein bisschen rum. Ja, genau. So. Ah, ja. Perfekt. So. Äh, was sollen wir jetzt machen? Jetzt. Hier. Hier. Lang laufen. Ach, toll, jetzt bin ich ja wieder hier. Ach, hier rein sollen. Folgen wir das hier mal alles? Nehmen wir das hier alles. Wo sind die anderen? Da unten. Okay, weiter geht's. Ja, letztes Jahr. Let's go, Leute. Go, 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 go. Kannst du auch schneller laden. Angst. Echt? Oh, hallo! Was kann ich heute für euch... Oh! 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 Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier? Prinzessin? Ja, Junge. Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Doch wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Junge, dieses Kino oder was, was ich weiß, was da fällt mir. Alle Lächter und Haupttüren sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Okay. Du bist unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Kapiert? Kino laufen. Wir müssen die Schiff retten müssen. Darum, wenn ich mir mit diesem Helm noch einmal den Kopf anstoße, laufe ich zur Rebellion über. Ich schwör's. Ah, hier ist schon auf. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir bringen nur diesen Buki in seine Zelle. Hey. Whoa. Geht's down. Geht's down. Alle Lächter sind gesperrt, bis wir sie gefunden haben. Ja, das habe ich verstanden. Okay, jetzt sind die alle froh. Oh, nacht. Sucht weiter. Er hat jetzt den Anbaden gedrückt. Bauen. Hey. Wo soll er denn jetzt hin? So, der muss hier hin. 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 Denk mal schon. So, zack. Ich sollte jetzt eigentlich beim All-You-Can-Eat-Buffet in der Kantine in Sektor N1 sein. Binde die Rebellen! Okay. Aber. Und Vader, so. 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 Ahahahahaha, die ist dann nämlich perfekt. Ahhm. Ahhm. Oh. Ahhm. Und wir... Hoppla, hoppla. Ist das dran? Oh. Mann, ist hier irgendwo ein roter Knopf. Oh. Okay, weitergehen. Hier rein. Machen wir hier erstmal los. Warte, hier wird irgendwo... Ich soll hier hin, aber was soll ich hin? So. Ah, ich muss was bauen. Gerade ich schiebe das Gleiche weg. So. Das wird nie funktionieren. Die Eindringlinge wurden gefunden. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Okay. Die Torbolefte fahren wieder. Schnell in die Kantine, bevor ihnen wieder der Nachtisch ausgeht. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Du sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Los geht's. Dann kommen wir direkt in den Inhaftierungsblock. Stimmt's, Chewie? Okay, wir sind oben. 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 Wie konnte uns das nur passieren? So, ich mache erst mal das Hauptpunkt. So, ich mache erst mal das Hauptpunkt. So, ich mache erst mal den blöden Alarm aus. So, also Dreieck. So, dann ist das komische Symbol. Und hier ein 4-Eck. So. Okay, dann mal rein. Komm mal rein hier. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Dann kommen wir nicht raus. Eine fabelhafte Rettung. Ja, alles klar. Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimmer. Alles klar. Hey, Junge. Achtung! Was ist das? Okay, Leute. Ihr werdet das machen, was seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Liver vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung. Ab jetzt noch einen traumhaften Tag. Euer Arnold. Euer Ars. Ciao. 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 Ciao.